Corona, es gibt ein neues Regelpaket ab Oktober. Die Ampelkoalition hat sich auf ein neues Infektionsschutzgesetz geeinigt. Wir sind für den Herbst gerüstet, sagte Gesundheitsminister Lauterbach. Die aktuellen Corona-Regeln sind noch bis zum 23. September befristet, anschließend soll das neue Gesetz greifen. Bundesweit soll dann weiterhin in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und im Fernverkehr das Tragen einer Maske verpflichtend sein. Über eine Maskenpflicht im ÖPNV entscheiden die Bundesländer. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll zudem eine Testpflicht für die meisten Menschen gelten. Ob darüber hinaus dann noch eine Maskenpflicht in Innenräumen oder auch auf Außenveranstaltungen gilt, können dann jeweils die Länder je nach Infektionslage entscheiden. Außerdem entscheiden die Bundesländer über Masken- und Testpflicht in Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.